Was geht ab leute Sane ist wieder da und zwar gibt es neue Informationen zum One Piece Film Stampede. Arthur von The Library of Ohara hat freundlicherweise diese Infos vom japanischen ins englische übersetzt und somit kann auch ich sie euch nun präsentieren. Hauptsächlich drehen sich diese Informationen um den Antagonisten Douglas Bullitt. Hier sehen wir auch direkt mal das neue Poster zum Film und hier sehen wir auch gleich ein paar der Charaktere die im Film auftauchen werden. Fangen wir nun aber mit den neuen Infos an. Douglas Bullitt. Wer zur Hölle ist er? Ihr Ziel ist es sich zusammen zu schließen um sich dem gefährlichsten Flüchtling der Impel Down Geschichte zu stellen. Das ist halt einfach schon mal krass. Das heißt wir werden Ruffy sehen, Law sehen, Buggy sehen, Boa Hancock sehen, Smoker sehen, Sabo sehen und Rob Lucci sehen, wie sie zusammen gegen Douglas Bullitt antreten. Das kann ich mir echt mega vorstellen. Die Frage ist halt nur, sie werden wohl echt beschissen eigentlich erst zusammenarbeiten. Naja das sind wir doch mal sehr gespannt. Viele starke Kämpfer gegen einen Mann zur selben Zeit. Dieser Mann ist Douglas Bullitt. Ein Level 6 Flüchtling aus dem Impel Down Gefängnis und der wohl gefährlichste Kriminelle der jemals aus Impel Down geflüchtet ist. Ein früheres Mitglied der Roger Piratenbande. Ein unglaublicher Mann, den man als Dämonenerbe kennt. Selbst das vorher genannte Lineup hat seine Probleme damit Bullitt zu besiegen. Das zeigt, wie stark er ist. Und das ist halt schon mal echt eine Hausmarke, denn die Leute hier oben sind nicht gerade schwach. Und sie haben trotzdem ihre Probleme damit gegen einen einzigen anzutreten. Da ist ja echt die Frage, wie stark war Roger denn eigentlich? Ah, mega. Na gut, kommen wir nun zu seiner Vergangenheit. Die jungen Tage, die er mit Roger verbrachte. In der Vergangenheit war Bullitt ein Soldat, der immer zum Schlachtfeld sprang. Er wurde als talentiert und hell bezeichnet, aber nach einem bestimmten Vorfall verließ er das Militär. Kurze Zeit später, nachdem er Roger während eines Vorfalls traf, schloss er sich dessen Crew an und spielte eine große Rolle innerhalb dieser. Doch nach Rogers Tod ging sein Leben immer weiter bergab und er wurde immer korrupter. Okay, das ist auch cool. Also er war früher mal Soldat. Das sah wahrscheinlich so noch aus. Dann gab es irgendeinen Vorfall und hat das Militär verlassen. Hier stellt sich natürlich die Frage, was für ein Vorfall? Dann gab es einen weiteren Vorfall und dort hatte Roger getroffen. Auch das ist wieder interessant. Was war da los? Und während der Roger Piratenzeit sah er wahrscheinlich noch so aus. Und dann starb Roger und er wurde immer korrupter. Und hier stellt sich mir die Frage, warum wurde er immer korrupter? Hat er möglicherweise Roger so als den Heilsbringer gesehen, aber als er dann tot war, irgendwie war das alles wohl scheiße. Ich hab im Falschen vertraut. Und dann wurde er halt das hier. Aber was mir gerade so auffällt, diesen Nabel hier sieht aus wie so eine Brandnarbe. Kann gut sein, dass er vielleicht mal ein Battle gegen Akainu hatte. Kommen wir nun zu seinen Fähigkeiten, denn das ist doch das, was ihr wissen wollt. Nutzer der Rassel-Rasselfrucht, welche ihn zu einem Assimilationsmenschen macht. Douglas Bullitt hat die Fähigkeit, alle möglichen Sachen kombinieren zu können. So wie zum Beispiel Eisen und Waffen. Obendrauf besitzt er noch Königshaki. Seine Fähigkeiten stehen denen des Piratenkönig in nichts nach. Wie wollen Raffi und Co. den wohl mächtigsten Gegner, den sie je gegenüberstanden haben, besiegen? Das alles sehen wir im Sommer in den großen Kinoleinwänden. Okay, Rassel-Rasselfrucht, Assimilationsmensch, er kann alles mögliche kombinieren. Das ist halt schon irgendwie krass, da kann man sich halt Sachen vorstellen. Boah, mega. Wir sehen es ja hier zum Beispiel an ein paar Beispielen. Wir haben ja einmal hier dieses U-Boot, das er wohl irgendwie an sich so um sich herum gebaut hat, sozusagen. Dann hier so ein Mega-Roboter. Ich hoffe, der kämpft auch irgendwie gegen eine Frankische Goon. Das wäre ja auch mega. Und wenn er halt wirklich nicht nur Eisen und so verbinden kann, sondern alles, 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 dann kann er im Grunde machen, was er will. Oh Mann. Aber das war es noch nicht mit allen neuen Informationen, denn das Letzte und das Beste habe ich natürlich zum Schluss aufgehoben. Und zwar, es gibt ja eine Chopper-Robot-Figur, welche Bandai vor Jahren zum Spaß hergestellt hatte. Diese Figur wird wohl seinen Auftritt haben in One Piece Stampede. Vielleicht wird auch der Chopper-Robot gegen den Bullet-Robot kämpfen. Das wäre natürlich auch episch. Naja gut, das waren auf jeden Fall alle neuen Informationen zum neuen One Piece Film Stampede. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und falls ihr keine News mehr in Zukunft verpassen wollt, vor allem nicht zu One Piece Stampede, dann drückt einfach einmal auf den Abonnieren-Button. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.